Liebe Bewohner, schöne Dorfe, die Herren der GOS haben beschlossen, uns eine kleine Freude zur Unterhaltung zu machen, die Beziehungen zu verbessern, werden sie uns einen schönen Trenddorf führen. Hallo Leute, das ist Blood and Bambo und willkommen zurück in der Spielserie von Dark Emergency 6. In der letzten Episode haben wir die Glückwunsch, also wollen wir jetzt die Mission enden und bekommen eine neue. Am besten hier nehmen wir draußen noch ein paar Mann, weil die Kohlermessung ist. Jetzt noch mal die Kohlemässung. Eure Machen brauchen wir auch, die mit dem blauen Rand. Okay. Wenn Sie da noch eine Farbe in den Rand haben, machen wir die, können wir uns zwei rückhaufen, dann ist gut. Aber blaue ist für uns. Waren rund. Waren, waren. Ich habe zwei Sachen. Smilen. Ja, gestern noch geklaut. Gestern 2000 geklaut. Gestern habe ich 2000 bekommen. Heute schon ein bisschen mehr. Schließlich habe ich geklaut. Wir sind jeweils zersitten und wir müssen da ... Und das ist schon der Zweiste. Macht gute Arbeit. Alles klar. Gut. Das ist aber grün. Das ist der Weg zurück zum Kampfer. Ja, deswegen. Weil da ist nur, da ist grün. Das ist ja nicht schlimm. Wollt ihr hier lang laufen? Mesters und Wurs? Ja. Gehen wir jetzt mal. Haku. Alles klar. Sebastian. Verleih feierlich. Boah, Dankeschön. 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 Wen haben die denn jetzt fahren? Mit dir. Mit dir mit dir. Sie sollen da hinten irgendwelche KGGler unterstützen, für KGGler treffen. Wer sagt das? Was sagen wir zu denen? Wenn sie sagen. Wo sind die denn? Äh, im Wald. Sind auch welche rübergelaufen? Ja, die haben auch unsere Mediziner. Wir könnten einfach friedlich versuchen durchzugehen. Waffen runter, Hände hoch. Ja, machen die aber eben nicht. Ja, wir könnten es versuchen. Wir könnten auch versuchen mit denen zu reden. Wir lassen es einfach versuchen, da hinten zu dem Auto. Hallo. Wir haben einen Auftrag von den Vortasten, das Hauptquartier zu unterstützen. Ja. Schönen wir da sein? Ja. Hoffentlich. Sollen wir da näher kommen? Hallo? Leider kann näher kommen. Siehst du es oder nicht? Ich nicht. Wir dürfen leider nicht näher kommen. Sonst schießen die. Also, die Gressler. Also, die Gressler. Ja, wir auch. Darf immer nur einer hin. Deswegen, wir sind gerade am Quatschen. Moin Moin. Hallo. 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 Wurden wir die anderen Vortasten? Ja, die wurden von der GF abgeballert. Ah, gut klar. Aber die wurden halt selber angeschossen. Eigentlich haben wir eine friedliche Mission. Ja. Es ist halt ein bisschen verzöglicht. Dann sind wir mal so eine Sache. Wir sind lieber ein bisschen vorsichtiger jetzt. Ja, das ist ja kein Problem. Deswegen versuchen wir auch vorsichtig zu sein. Selbstverständlich. Wir sind genau in der Mitte von der GWF, also wir sind schon hinter dem Auto, die haben uns erst mal durchgelassen. Ist das einer von euren Milizen? Nein, der soll mal da vorne warten, sicher hin. Wie sieht das denn mit uns aus? Einen Moment, einen Moment, einen Moment. Wir haben hier zwei die Verhandlungen mit unserem General in Sachen Unterstützung der GWF. Warte, wo bitte? Die zwei sind aus dem Kommandanten, die haben sie gefordert, um zu verhandeln in Sachen Unterstützung. Also, wir haben hier noch eine Unterstützung. Nein, nein. Wir bieten Unterstützung. Ah, ja. Ich erklär das. Ja, ich habe hier zugeliezen, sie in den Verhandlungen Auftrag haben, von ihrem Kommandanten, um uns zu unterstützen. Kommen. Verstanden. Ähm. Regelverstoß. Rauchen im Gebäude. Rauchen im Gebäude. Ankommen. 4. Sie ist gerne Willkommen. Bin auf Bezahl. Habe ich so verstanden. Ich entwaffne sie und schicke sie zu dir. Kommen. Okay. Dann viel Erfolg mit der Behandlung und ich hoffe auch mit der Schilderung. Ihr könnt euch zeitlich auf die Bord draufstellen, oben sind Stangen, wo ihr euch festhalten könnt. Hier? Genau, genau, genau. Dann auf die andere Seite. Stell dich bitte auf die Seite, weil auf der Seite ist KGG. Das ist KGG. Das ist KGG. Das ist KGG. Das ist KGG. Ja. Danke für die Zuschauen, Leute. Ich hoffe, ihr habt diese Gameplay gefallen. Und wenn ihr habt, leave mir ein Like oder ein Kommentar. Nicht vergessen, zu abonnieren. Und ich hoffe, ich sehe euch auf der nächsten Episode.